Nein, 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 nein. Ich will das gefährlichste Reptil, das Sie haben. Ich hab einen Neguan, der Heuschrecken frisst. Das wäre sehr furchterregend, wenn's ne Party für Heuschrecken wäre. Ernsthaft, Dschungel Tanja, fahren Sie schwere Geschütze auf. Haben Sie etwas, das Ihnen richtig Angst einflößt? Nicht so richtig. Ich hätte einen Minidrachen für Sie. Uh, und kann... Nein, die spucken kein Feuer. Dann sind wir wieder da, wo wir eben schon waren, oder?